Wir sind Neurotix und wir machen russischen Fusion Rock mit Trompete und Cello. Unser Sänger ist Russe, kommt aus St. Petersburg. Wir wohnen der Rest der Band in Tübingen. Wir haben einen Song, der heißt Cello-Weg. Die bildliche Sprache beschreibt quasi, dieses Cello ist das Gesicht und weg sind so die Jahrhunderte. Also heißt es ein Jahrhundertgesicht und es bezieht sich auf die Menschheit. Also unser Song heißt Mensch. Wir sind auch eine Band, bei der man tanzen kann. Wir lieben die Vorurteile. Bei uns gibt es immer einen Wodka auf der Bühne und wer zu uns kommt, der bekommt auch einen Wodka. Zwei.